ein denkwürdiger moment schubi bei mir zu hause und verbindet etwas ganz besonderes schubi ist eigentlich ein predestinierter stadionsprecher vom fußball her hat aber die große liebe zum bahn sport entdeckt und sich da so fuchsschnell eingearbeitet dass er eigentlich meiner meinung nach der voice ist der mann wenn man ihn einsetzt irgendwo immer treffsicher ist und wir haben ja viele jahre zusammen moderiert in wittstock und ich war auf einmal weg und auf der toilette höre ich höre ich dann wie du sofort reagiert hast und gemerkt hast da kommt nichts vom vom co sprecher das natürlich sofort weiter gesprochen und ich saß da auf der toilette und habe fast das rennen miterlebt ohne bilder und wusste genau wer ist der zweiter dritter wer noch einen harten kampf gehabt hat und fehlst mir schubi wir werden scheser jetzt am 21 august das ist ja schon am wochenende richtig gast geben und wir haben uns zum konzept entwickelt über die jahre haben wir immer so dass du die ersten start erste kurve und so weiter und wir werden mal sehen wie weit sich das feld auseinander zieht ob ich zum einsatz kommt schon in der fahrerlager kurve oder sonst ab zweiter runde weil dann kommen auch die technischen sachen und steht auch mal einer neben mir und erzählt mir ein bisschen was und das ist immer ganz toll mit dir ja das haben wir ja irgendwann mal so angefangen ich glaube tatsächlich war es nicht mal in lüdinghausen oder da haben wir eigentlich angefangen und dann in wirtschaft natürlich lange zeit aber wir waren ja auch zusammen in melsungen und dann irgendwann schesel und schesel da haben wir natürlich beide ja eine gute erinnerung daran du 74 das erste mal weltmeister ich mit zwei zahnrädern 47er und 48er zahntranst eine maschine zwei ersatz zahnräder aber hat geklappt und manchmal ist weniger mehr und bei mir war das tatsächlich so dass ich in schesel das erste mal ein ein rennen ein motorrad rennen gesehen habe live als zuschauer und irgendwie hat mich das damals so geflasht und als wir dann irgendwann ich weiß gar nicht vor zehn zwölf 15 jahren das erste mal zusammen in schesel waren da schließt sich dann der kreis und ja ich denke mal jetzt am wochenende langbahn wm mehr geht nicht in dem sport das ist also das höchste predikat und ich freue mich natürlich dass es auf dieser wahnsinnig interessanten bahn tausend meter also geschwindigkeiten auf der gerade 160 siehst du und da brennt richtig die luft das ursum ist am start und man muss ganz ehrlich sagen was die leute in schesel über jahrzehnte dort auf die beine gestellt haben es ist einzigartig und das ist das coolste bei uns im prinzip direkt vor der haustür ja wunderbar einmal nicht so weit reisen also leute nicht vergessen 21 august schiesel grand prix 3 und da rum am ende der motor um die bahn genau ab zehn uhr training und dann 13 uhr die fahrervorstellung und ab 13 30 heißt es rock'n'roll auf dem eichen ring ich hoffe ihr seid dabei ich freue mich drauf und freut sich die fahrer freuen sich alle gut drauf wird ein cooler sonntag also wir sehen uns am sonntag